Das führt auch quasi zu meinem zweiten Punkt oder eigentlich dem ersten Punkt, den ich sagen wollte, nämlich, dass da auch ein massiver Mindfulness-Charakter dabei ist, wenn man sich die Zeit nimmt für das Essen. Und das ist wieder nicht abhängig von, ja, aber im Kalender steht 12.30, sondern egal wann, man geht einfach raus, entfernt sich aus der Arbeit, auch mental, und ist mit Mindfulness beim Kochen oder bei der Arbeit oder spricht vielleicht sogar noch mit Familie und Freunden in dieser Mittagspausenzeit oder kann sich um sein Hobby kümmern von mir. Also einfach ein bisschen wegzukommen. Und mit wegkommen, das ist jetzt gar nicht so gemeint, dass man quasi komplett sich entfernt von der Arbeit, sondern dass dieser Fokus, dieser Mindfulness zum Essen wandert und dass man nicht so isst, dass man nebenbei den Laptop vor sich offen hat und seine Mails liest. Das ist kontraproduktiv. Also da schaffst du ja weder die Mails sinnvoll zu lesen, noch sinnvoll zu essen. Das heißt, das ist ein Lose-Lose. Und da sind wir wieder in diesem Discipline Equals Freedom. Also da geht es ja darum, dass du, wenn du diszipliniert diese eine Stunde dir nimmst, nur zu essen, dann kannst du das Essen viel mehr genießen und auch die Arbeit danach, weil du nicht dann jeweils an das andere denken musst, wenn du dabei bist. Und das ist ja quasi auch der Punkt, den wir immer wieder auch schon erwähnt haben. Es geht ja nie nur ums Arbeiten. Und das ist immer Arbeit und Leben. Und man kann nicht das einfach sich nicht, also ich sage es anders, man darf das nicht einschränken sehen, sondern das ist quasi eher noch ein Empowerment, dass du dir diese Zeit nimmst und dich nur mal aufs Essen konzentrieren kannst. Weil wieder, das ist eine Mindfulness-Praxis sozusagen, das geht in eine ganz andere, viel positive Richtung. Das ist ja genau das Gleiche wie eben Feierabend machen oder am Wochenende Zeit mit seiner Familie verbringen. Da will man ja auch nicht nebenbei die Mails in der Arbeit lesen oder über Arbeitsprojekte nachdenken, sondern man will ja eben diese Mindfulness Richtung quasi emotionale Ebene und Beziehungen zur Familie bringen und nicht nebenbei was anderes machen. Also es ist irgendwie, finde ich eigentlich ganz interessant, eben das Thema, weil man da sehr viel gewinnen kann, wenn man mal das Gesamtkonzept sozusagen durchblickt hat, wohin sich das überall hin transferieren lässt sozusagen. Also es ist ja tatsächlich, wie du es am Anfang auch schon eingeleitet hast, in Zeiten von Homeoffice ist einfach diese Grenze teilweise nicht mehr da, mit wann geht es in die Arbeit und wann bin ich fertig mit der Arbeit. Und man kann alles Negative herausheben über die letzten 18 Monate und das ganze Homeoffice, was man möchte, aber was vielleicht genau da das Sinnvolle ist oder wäre oder noch immer einfach sein wird, ist, dass man genau das als Lernmöglichkeit nutzen kann, diese Grenzen neu zu ziehen und bewusst zu ziehen und bewusst zu machen, dass es da Grenzen geben muss, weil es weder für die Arbeit gut ist, noch für die Familie und Freunde und für das Hobby gut ist, wenn man die Dinge nicht trennen kann voneinander.